Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-daten.de. Mein Name ist Janik Brün und in diesem Video machen wir weiter mit den Datenstrukturen im GameMaker Studio 2. Im letzten Video habe ich dir ja schon erklärt, was Datenstrukturen sind im GameMaker und ich habe dir auch schon die allererste Art von Datenstruktur gezeigt, beziehungsweise neben dem Array die erste Datenstruktur gezeigt, die umfangreicher ist als der Array selbst. Und das war der DS-Stack, beziehungsweise ganz einfach gesagt einfach nur der Stack. Das war eine Datenstruktur, die wie ein Stapel Karten funktioniert hat. Da kommt auch der Name her, Stack ist auf Deutsch übersetzt ein Stapel. Und ja, das war eigentlich gar nicht schwer, das war eigentlich ziemlich einfach das Ganze. In diesem Video werde ich dich jetzt mit der zweiten Datenstruktur vertraut machen, und zwar mit den sogenannten Queues. Queues funktionieren im Grunde fast gleich wie die Stacks, nur dass die Reihenfolge, in der wir Werte hinzufügen und wieder entfernen, wenn wir diese dann lesen, ein bisschen anders ist als beim Stack. Ein Queue kannst du dir vorstellen wie eine Warteschlange. Stell dir einfach vor, dass eine Queue eine Warteschlange ist für Werte. Das heißt, wenn du einen Wert in eine Queue reinsteckst, dann reiht sich dieser in einer Warteschlange ein. Das heißt, wenn wir jetzt einen Wert A in diese Queue einreihen, dann ist der erstmal nur alleine in dieser Warteschlange. Und wenn wir dann einen Wert lesen wollen, dann ist es klar, dass dieser Wert A drangenommen wird. Wenn wir jetzt allerdings mehrere Werte einreihen, A, B und C, und zwar in dieser Reihenfolge. Zuerst fügen wir A in die Warteschlange ein, dann B und dann C. Dann ist der Wert A der allererste, der verarbeitet wird, denn dieser war ja auch als allererster dran. Ist ja ganz klar. Er hat sich in der Schlange als allererster angestellt und deswegen ist dieser Wert auch der erste, der verarbeitet wird, wenn man einen Wert liest. Und wie das jetzt in der Praxis ausschaut, das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Bevor wir jetzt allerdings in die Praxis springen, möchte ich dir auch hier wieder, ja, möchte ich dir hier auch einfach wieder auf diese Documentation Datei für Datenstrukturen hinweisen, dass du die siehst. Weil hier kann man das Ganze auch nochmal gut nachschlagen und diese Documentation Datei kann man auch wirklich immer wieder gebrauchen. Wie gesagt, einfach nur hier auf Scripting, GML Reference und dann hier auf den Ordner Data Structures bzw. auf dieses Büchlein hier und dann landest du hier in der Documentation Datei für Datenstrukturen. Da sind die alle aufgelistet und da kannst du das Ganze auch nochmal genauer nachschlagen. Wir wollen uns jetzt mit Cues beschäftigen und deswegen klicken wir hier in dieser Liste einfach mal auf Cues drauf. Und dann sehen wir hier auch die verschiedenen Funktionen, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir mit Cues arbeiten wollen. Hier gibt es einmal DSQ Create. Damit erstellt man diese Cue, also diese Warteschlangenstruktur. Und dann gibt es noch DSQ Dequeue, Enqueue, Head und Tail und die gucken wir uns dann auch noch an. Die sind zum Beschreiben und zum Lesen dieser Datenstruktur geeignet. Und dann gibt es auch noch DSQ Destroy. Damit zerstört man die Datenstruktur wieder. Diese Funktionen, ich glaube es waren jetzt sechs Stück, die ich aufgelistet habe, ja, dürfte hinkommen. Die schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt mal in die Praxis. So. Ich gehe also hier in unser OBJ Queue rein, das ich hier schon erstellt habe. Und hier habe ich auch gleich ein Create Event erstellt. Das ist hier. Und das öffnen wir jetzt auch mal. So. Und hier im Create Event steht jetzt einfach mal nur der Titel Queue. Wie funktioniert jetzt aber nochmal so eine Queue? Stellen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen visuell vor, damit man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Die Queue ist wie gesagt eine Warteschlange. Das heißt, wenn wir jetzt einen Wert zu dieser Queue hinzufügen, ist dieser Wert der erste, der sich angestellt hat. Das heißt, wir fügen jetzt einfach mal den Wert A hinzu. Stellen wir uns dieses Kommentar jetzt einfach mal so vor, dass es ein Wert ist, der zu unserer Warteschlange hinzugefügt wurde. So. A reiht sich also in die Warteschlange ein. Wenn wir jetzt noch einen weiteren Wert hinzufügen wollen zu dieser Warteschlange, dann wird dieser Wert, zum Beispiel B, sich hinter A anstellen. Okay. Und dasselbe ist dann auch, wenn wir C hinzufügen, dann stellt es sich hinter B an und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt einen Wert lesen wollen aus dieser Queue und ja den dann auch gleichzeitig entfernen wollen, weil er verarbeitet wurde, so benutzt man die Queue im Normalfall, dann wird der erste Wert genommen, der sich halt angestellt hat. Das heißt das A, denn das hat sich ja vor dem B und dem C angestellt. So funktionieren Warteschlangen ja auch in einem Supermarkt in echt und ja, das ist auf jeden Fall so die Art und Weise, wie man sich das vorstellen kann. Das heißt, wenn man jetzt nicht ganz genau versteht, wie so eine Queue funktioniert, stell dir einfach eine Supermarktkasse vor und die Leute, die sich da anstellen, das sind so die Daten, die man in diese Datenstruktur reinspeichert. So. Jetzt erstellen wir einfach mal so eine Queue. Ups, hier habe ich ein Breakpoint erstellt. Jetzt erstellen wir mal so eine Datenstruktur, so ein Queue. Und das macht man ja mit der DS-Queue-Create-Funktion. Das heißt, Stelle, Queue und übrigens, Queue schreibt man folgendermaßen, man schreibt einfach Keue, so spricht man es einfach so aus, also ein Qu, U, Keue und dann ein E dranhängen. So. DS-Queue-Create. So. Und damit erstellen wir eine Queue, eine Warteschlangenstruktur. Natürlich müssen wir diese Struktur jetzt auch in eine Variable speichern, damit wir diese referenzieren können. Deswegen speichern wir das Ergebnis, beziehungsweise den Rückgabewert von dieser Funktion, die Datenstruktur dann auch im Endeffekt, in die Variable Warteschlange. So, Warteschlange ist jetzt unsere Referenzvariable für diese Datenstruktur. Und ja, damit hätten wir diese Datenstruktur dann auch erfolgreich angelegt. Jetzt, damit wir überhaupt was mit dieser Datenstruktur anfangen können, müssen wir natürlich Werte zu dieser hinzufügen. Und bei der DS-Queue gibt es eine Funktion, mit der man das machen kann. Und zwar die Funktion DS-Queue-Enqueue. Enqueue ist ein englisches Wort und das bedeutet so viel wie anstellen, also einreihen. Also sich einfach in eine Warteschlange einreihen. Und das macht man auch im Grunde, wenn man einen Wert zu einer Datenstruktur vom Typ Queue hinzufügt. Man reiht diesen Wert in diese Warteschlange ein. Und deswegen heißt diese Funktion auch so. Also Enqueue ist dazu da, um einen Wert zu dieser Queue hinzuzufügen. Ich mache hier mal einen Kommentar. Füge Werte zur Queue hinzu. Und das funktioniert dann auch eigentlich ähnlich wie bei den Stacks dann schon. Hier müssen wir jetzt zuerst die Referenzvariable angeben, wo sich unsere Queue drin befindet. Also Warteschlange, nicht Warteschlange, sondern Warteschlange. Und dann können wir bis zu 15 Werte angeben, die eingereiht werden sollen, der Reihe nach. Und wir geben hier jetzt mal drei Werte ein. Wir nehmen hier jetzt solche Namen. Das sind einfach die Namen der Leute, die sich in die Warteschlange anstellen. Und da ist einmal der Horst dabei. Dann ist da einmal der Dieter dabei. Und dann ist da der Uwe dabei. So, diese drei Männer stellen sich jetzt in der Warteschlange an. Gut. Wenn wir jetzt diesen Wert lesen wollen, den allerersten Wert. Denn wenn wir mit einer Queue arbeiten, dann machen wir das meistens so, dass wir die Funktion DSQDQ verwenden. Diese Funktion gibt uns den letzten Wert zurück, beziehungsweise den allerersten Wert zurück, der hinzugefügt wurde. Also immer den, der vorne an der Warteschlange steht. Den können wir dann lesen. Und dieser Wert wird dann auch aus der Warteschlange rausgenommen. Das heißt, wenn wir jetzt DSQDQ Warteschlange aufrufen, dann bekommen wir den Horst zurückgegeben. Denn der Horst hat sich als allererstes eingereiht. Und dieser Horst wird dann auch hier aus dieser DSQ rausgeschmissen, sozusagen. Der ist dann einfach weg. Der wurde ja schon abgearbeitet dann. Gut. Also mit NQ fügt man einen Wert zu dieser Warteschlange hinzu. Und mit DQ liest man den Wert, der vorne in der Warteschlange steht und entfernt ihn dann aus der Datenstruktur. Also NQ zum Einreihen, DQ zum Ausreihen. Und ich mache hier auch wieder einen Kommentar, damit man das besser sehen kann. Lese und entferne erste Person in der Warteschlange. Gut. Jetzt haben wir hier DSQDQ geschrieben und Warteschlange als Parameter angegeben. Aber natürlich machen wir mit dem Wert hier gar nichts. Wir machen das Ganze jetzt so, dass das auch in einer Show Message Box dann hier tatsächlich auch angezeigt wird. Damit wir auch den Wert sehen, der hier rauskommt. Und wenn wir das Programm starten, wobei, bevor wir das machen, fügen wir OBIOTQ auch noch zum Room hinzu. Und wenn wir das Ganze jetzt starten, dann bekommen wir den Horst angezeigt. So, da steht der Horst, weil der Horst war der Erste, der sich angestellt hat. Wenn wir diese Zeile hier jetzt einfach mal kopieren und einfügen, dann sehen wir, dass beim zweiten Durchlauf hier, dass bei dieser zweiten Show Message Funktion, dann der Dieter angegeben wird. Weil hier wird der Horst auch dann aus der Datenstruktur entfernt bei DQ. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das starten, dann wird zuerst der Horst angezeigt. So, da ist er. Und jetzt wird der Dieter angezeigt. Weil wenn der Horst geht, ist der Dieter der, der am weitesten vorne in der Warteschlange drin steht. Weil er hat sich ja auch vor dem Uwe angestellt. Das heißt, der Uwe ist der Letzte. So, jetzt gibt es allerdings noch weitere Funktionen, mit der man hier Werte aus einer DSQ lesen kann. Wir können uns diese auch mal angucken in der Documentation. Ich gehe hier einfach mit der mittleren Maustaste auf eine DSQ hier diese DQ-Funktion drauf, damit wir in der Documentation landen. Dann gehe ich auf Queues zurück. Und hier gibt es noch die Funktionen Head und Tail. Und die sind einfach nur zum einfachen Lesen da. Das heißt, mit Head kann man den Kopf dieser Schlange, also die vorderste Person, lesen, aber ohne sie zu entfernen. Ganz wichtig. Und mit Tail kann man den Schwanz, also Tail heißt Schwanz, also das Ende der Schlange, lesen. Das ist dann die letzte Person, die sich eingereiht hat. Das kann ich jetzt auch noch mal zeigen. Wir benutzen jetzt mal DSQ-Head hier als ersten Aufruf. Und DSQ-Tail als zweiten Aufruf. Und wir werden dann die Namen Horst und Uwe angezeigt bekommen, weil Head ist der Horst. Das ist der erste, der sich angestellt hat und der, der am weitesten vorne in der Schlange drin steht. Und Tail ist der Uwe, weil der ganz hinten ist. So, das können wir auch mal hier ausführen. Dann sehen wir das noch mal. So, zuerst kommt der Horst und dann kommt der Uwe. Das heißt, das funktioniert auch einwandfrei. Mit diesen zwei Funktionen kann man einfach nur Werte aus dieser Queue lesen. Und jetzt möchte ich dir natürlich noch zeigen, wie man diese Datenstruktur wieder zerstören kann. Denn, das ist extrem wichtig, wenn man mit solchen Datenstrukturen im Game Maker arbeitet, mit diesen DS-Datenstrukturen, nicht mit dem Array, dann muss man die wirklich noch per Funktionsaufruf zerstören, wenn man sie nicht mehr braucht, weil die halt immer im Speicher bleiben und da Ressourcen verbrauchen. Und das ist natürlich nicht gut. Gut, deswegen rufen wir jetzt noch auf DS-Queue, nicht clear, sondern destroy. Und dann geben wir noch die ID an von der Queue, die wir zerstören wollen. Und das ist dann die Warteschlange. So, und dann wird die Warteschlange am Ende, nach dem Ausführen auch wieder zerstört und aus dem Speicher entfernt. Und ja, das waren im Grunde die Queues. Du hast gesehen, die funktionieren sehr ähnlich wie die Stacks. Die Stacks waren ja einfach nur sowas wie ein Stapel Karten. Und die Queues, die waren einfach sowas wie eine Warteschlange. Je nachdem, in welchem Szenario man das einsetzen möchte, kann man das sehr gut gebrauchen. Und ja, das wollte ich auch auf jeden Fall mal gezeigt haben. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit der nächsten Datenstruktur. Wenn wir in die Hilfe-Datei gucken, dann sehen wir auch, was das ist. Das ist hier die List. Die ist auch sehr, sehr interessant. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf dieses Video. Also sei gespannt auf das nächste Video. Da gucken wir uns dann die Listen an. Die sind wirklich sehr, sehr mächtig. Und ja, das war es dann mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig neuen Content zu den verschiedensten programmierbezogenen Themen. Und ja, wenn das genau dein Ding ist, dann auf jeden Fall ein Abo dalassen. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen und verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020